Hey Angry, wieviel bekommt man für Fahrzeugdiebstahl? Okay, dann geh ich jetzt erstmal duty Der Limmat hat meinen Infernus geklaut Schön Raider hat den Channel betreten Hallo Hallo Ja, ey, ich bin da vorhin reinkommen in den Channel bei Dings vor der Base und du hast nie geredet, du bist getimed Ja, müh, ist mein PC schon wieder abgestürzt Wegen, warum passiert? Bisschen, Mann Ja, wegen meinem NT, Digga, der ist ein bisschen kaputt, ey, wo ist mein Infernus, Mann? Digga, Jakobs ohne Lappen, Alter Ja, komm mal wieder in die Gang, Mann, was ist da los, Digga? Ich hab den Hunko-Rank, Digga Kann doch nicht sein, dass ich einen Gangmix nicht verlieren, nur weil ihr euch bekriegt, Mann So, das kann man doch klären, geh nicht direkt raus Nein, nein, ich wollte es nicht klären, aber was sagt ihr? Ja, ich hab offen mit ihm geredet, Mann, Alter, so Keine Ahnung, so, der kann sich sowieso nicht, äh, also, der kann sich sowieso nicht Wir riechen mit dem einen, wie heißt der nochmal, die oder so Keine Ahnung Machst du Bewerbungen bei den Dings, erzähl? Äh, ich, vorhin hab der StrongVan mich gemoogt Meinst du mir, ja, ey, bla bla bla, irgendwie, Freitag die Prüfung machen, so, das ist kein Problem Dann hab ich noch mit dem Erik geredet, also die wollen mich im PD beibehalten, so weiß ich Ich meine, und geben mir noch eine Chance Ich hab mir doch nicht mal was gemacht Ich verliere mich Ah, mein PC ist einfach die ganze Zeit aufgestürzt Boah, wo ist mein Infernus? Das ist mein Dicken Panic-Based, egal, ernsthaft W Orange Arzt Lj Über 65 Unten 42 Derson Study Versuchst du denn auch? Bitte, was? bist du bei dem in der nähe er ist doch da oben gerade vorbeigefahren hast du denn schon drei stück gemacht ja komm lass alle drei da rein oder meinst du soll ich mir ein eigenes nehmen ja bitte ich habe eine snipe mit 60 schuss ich krieg bei lcn wenn ich will meine snipe und so ich will kann ich sogar weiter verticken also verkaufen für 35k 30k und da mache ich immer mit dem sniper richtig viel geld weil ich gerade habe ich eine mit 60 schuss er warte mal warte mal kurz wo kann ich am besten nicht help machen weint auch ich mache das auf null nötig ich hab morgen schulde deswegen muss ich jetzt den leider auf ich wünsche euch noch viel spaß jetzt kommt er wieder weil er denkt wir haben den okay dann tschau viel spaß wo er wieder da hin wiederkommt tschau rade hat den channel verlassen rade hat den channel verlassen